Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir haben getrunken, wir sind müde, wir gehen schlafen. Es ist eh schon dunkel. Wir werden dann auf jeden Fall ein paar Rassorten mitnehmen. 7 Uhr morgens, passt perfekt. Unsere Schnellreise ist aktiviert. Das heißt, wir haben es relativ bequem jetzt. Die Axt lassen wir da. Die Hacke. Der Speer ist Ersatz. Verschiedene Bräue. Weiß ich gerade noch nicht, was ich damit anstellen soll. Wir brauchen drei Knochen-Talismane. Für eine Jägerhütte. Dann gucken wir doch gleich mal. Warte, wie viel brauchen wir dann? Mittelgroße Schärfe. 15! Äh, ja, okay. Jägerhütte. Ich habe mir auch drei Trinkschläuche mitgenommen. Ob das wirklich reichen wird, wage ich zu bezweifeln. Drei Weihrauch für Töpferhütte. Hier braucht man 15. Wie viel kann ich denn machen? Zwei. Hehe. Hehe. Wow. So. Hacke. Werden wir auf jeden Fall. Oh. Jetzt haben wir 15. Holz nehmen wir mit. Bambus nehmen wir mit. Gras nehmen wir mit. Große Blätter schaden eigentlich auch nicht. Okay. Okay. Markt ist erschlossen. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß. Von hier nach da. Ton. Göttlicher Sand. So geht's. Okay. Okay. Wir brauchen eigentlich. Oder auch nicht. Hat sicher übrig. Gut. Alle Arbeiter besetzt. Ja. Ja. So. Ja. gearbeitet dran. Das kriegen die schon hin. Das bekommen die schon hin. Okay. Ich brauche jetzt leider viele, viele, viele Knochen. Kleiner Biber. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Tier ist. Aber ich brauche eure Knochen. Es tut mir leid. 83. Aber ganz ehrlich, die hatten jetzt Bäume. Die haben Bambus. Die könnten sich ein Schiff bauen. Problemlos. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche. Perfekt. Mit der Jägerhütte. Kommen wir genug noch? Das hat schon sehr viel Siedler-Style. Auch von den Namen her, also... Ich mag's. Kommen wir noch die 300 Äste zusammen? Bitte? Ja. Easy. Kommen wir noch. Kommen wir noch. Kommen wir noch. Kommen wir noch. Späher ist da hinten irgendwo. Späher? Ich brauche Leute. Ich brauche ein paar Arbeiter. Wenn die eh auf dem Weg liegen. Hoffentlich. Lass mich auch mal kurz was gucken. Ich kann leider... Also 50... Irgendwie kann ich keine Zahlen eingeben. Kann ich doch eingeben? Aber irgendwie auch nicht alles. ... Oh, jetzt weiß ich, warum die Aufnahme die letzten Male abgebrochen ist. Stimmt. Wenn ich... Oh... Natürlich, wenn ich mit Num Null aufnehme, sollte ich nicht Num Null drücken, wenn ich was eingebe. ... Die Jagdhütte. Die Jagdhütte. Das ist so sch... Damit kommt auch die Maus nicht so gut. Äh, Jagdhütte... Würde ich da hinstellen. ... Kochhütte? Jägerhütte. Why... Ist das so... ...überdimensional? Einmal... ... ... ... ... ... ... ... Hey, komm, ich habe eine riesige Brücke gebaut. Da wirst du mich doch das jetzt auch setzen lassen. Ich glaube, bei der Brücke ist es vielleicht entgegenkommend gewesen, damit man das eben hinbekommt. Was fehlt denn noch? Ich kann da nicht hoch. Ah, da war es. Mein wertvoller Thron. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Ding. Um demnächst auch was zu trinken. Müder wird der Typ auch schon langsam wieder. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 So. Den Speer kann er von mir aus jetzt schon haben. 12 zu 15. 15 Beirauch. Es tut mir leid, kleine Hase. So. Gut. Dann gehen wir mal schnell was trinken. Miri. Ach, Susa. Oh, okay. Oh, okay. So, okay. So. So. Es ist nicht perfekt geworden. Das will ich gar nicht behaupten. Aber bis jetzt gefällt es eigentlich ganz gut. Das stimmt eigentlich. Moment mal. Das wollte ich auch noch ausprobieren. Verwerten. Benutze den Hammer, um ein paar Ressourcen von Ruinen oder von dir errichteten Gebäuden wiederzuerlangen. Dreimal mit dem Hammer auf ein Gebäude schlagen. Leere vor dem Erbbriss tun. Wir hatten doch Richtung Meer doch auch das eine oder andere Ruinenzeug. Guck mal. Fünf Stück soll man abweißen für ein Achievement, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das lohnt sich richtig. Da war es so einen halben Meter drüber. Hat nicht gereicht. Das hat gereicht. Das war zu weit. Dass die halt keine Federn geben, finde ich ein bisschen komisch. Du sollst das mitnehmen. Die Ruine lohnt sich. Ab nach Hause. Es wird schon wieder dunkel. Und wir sind bald müde. Leer Vulkan. Oh oh. Das war etwas zu großzügig. Jetzt sind wir wieder hier. Ich habe mich schon gefragt, wo das ist. Wir können natürlich auch beim Ältesten schlafen, ne? Beim. Nicht mit. Der ist ja gar nicht da. Die Dreckbrühe, ehrlich. 64 Steine. Brauchen wir eigentlich auch nicht so viele, ne? Okay. Dann gucken wir mal. Das ist gar nicht so weit weg. Das läuft. Das läuft. 310 Zweige. Okay, also reicht eine Weile, würde ich mal behaupten. Die Dreckbrühe, das ist aber nicht so weit weg. Oh oh. Ah. Aua. Nein. Zwei gereicht. Dieses Ritual, den haben wir ja schon. Es ist ja auch ein Schusses, wie es einen Arzt geht. Wir haben ja auch einen Tischbis. Das ist ein Schuss. Wir haben ja jetzt noch ein Schuss. Und in den Schuss unsere Schuss haben wir ja noch ein Schuss haben. Auch es ist so. Tut mir leid, Häschen. Ich brauche leider deine Knochen. 108. Und das Ding ist der Hammer. Also, das ist aber kein guter Ort für ein Camp. Zwei könnte ich sogar noch holen. Okay. Okay. Wie komme ich dorthin? Also praktisch hinter dem Felsen hier. Er kann zwar gut springen, aber das... Die haben wir ein bisschen sehr weit auseinander gebaut. Ich will da hin. So, dann... Das grüne Ding. Da habe ich vergessen. Aber ich glaube, da komme ich so nicht rüber. Das grüne Ding ist ja auch neu. Das grüne Ding ist ja auch neu, dass wir hier noch ein bisschen rüberziehen. Und das grüne Ding ist ja auch neu. Und das grüne Ding ist ja auch neu. weil das mein Ton abbauen muss. Aber es sieht lustig aus. Okay. Oh, hier gibt es ein Feuer. Oh. Der Speer ist bald kaputt. Und das Messer auch. Äste? Steine. Göttlicher Sand. Ich bleibe dabei. Das ist doch eigentlich nur Schwefel. Ich bin nämlich ein Mineralien- und Edelsteinsammler. Kein großer, nur so kleinere Exemplare. Aber ich habe welche. Und Schwefel sieht halt von Farbton absolut genauso aus. Nur die... Dass er ein wenig transparenter sein kann. So. Grün. Grün ist da drüben. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ich will diesen nächsten Schrein haben. Wobei es uns doch gar nichts bringt, ne? Nach. Okay, dann halt anders. Da waren Tiere. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ach, hör auf, solche Haken zu schlagen. Die Lagerhütte bauen wir jetzt einfach random in die Mitte. Ja, ich... Ich nehme mir jetzt so viel Sand mit, wie kann. Damit wir die nächsten Rituale sobald wie möglich verziehen können. Das sieht aus. Sammelt er dann jeden Krümel ein, oder? Hm. Ich hänge an den Felsen fest. Frech. Ich finde es auch gut, dass wir das endlich leveln können. Hat lang genug gedauert. 175? Keine Ahnung, wie viel wir für das Zeug brauchten. Ach, ganz ehrlich. Die Folge ist eh schon vorbei. Da, schau her. Ich danke euch fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Es ist halb eins morgens. Ich mache den Computer jetzt aus. Ich mache den Computer jetzt aus. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. x x Untertitelung des ZDF, 2020